Willkommen zu dem Fehlermeldungstutorial. Wir benötigen einen Popup, wo unsere Fehlermeldung angezeigt wird. Unabhängig, ob du jetzt letztendlich das Login-Tutorial hier gemacht hast oder nicht, kannst du dem Tutorial folgen. Wir gehen unten links auf den Content Draw und suchen uns unsere Game Instance raus. Wenn ihr, wie gesagt, das Tutorial gefollowt habt, oder nicht gefollowt, aber angeschaut habt, dann habt ihr hier die BP Game Instance Login Tutorial. Wenn ihr das nicht habt, keine Sorge, ihr macht einen Rechtsklick, klickt auf Blueprint Klasse und wählt jetzt hier einfach Game Instance aus. Wir geben also hier bei All Classes Game Instance ein und suchen uns jetzt hier Game Instance raus und sagen Select. Das war's schon. Dann benennt ihr die zum Beispiel BP-Game Instance. Wichtig, es kann pro Spiel, also pro Projekt, nur eine einzige Game Instance geben. Wir öffnen die Game Instance und entweder ist die bei euch schon ein bisschen gefüllt oder wie bei mir halt komplett leer. Wichtig an der Stelle ist, wieso gehe ich überhaupt, um meine Fehlermeldung anzuzeigen, in die Game Instance. Die Game Instance ist omnipräsent. Das bedeutet, egal ob du gerade Death Run spielst oder RP oder meinetwegen TTT oder ein Shooter-Game-Mode, was weiß ich, Capge the Flag oder so, die Game Instance-Datei ist immer vorhanden, also omnipräsent. Das Gute ist, dadurch, dass sie immer omnipräsent ist, will ich mir auch alle Fehler in der Game Instance anzeigen lassen oder darüber sozusagen entsprechend callen. So, wir erstellen dafür ein neues Event. Add Custom Event, also Rechtsdeck und Custom eingeben und dann hier auf Add Custom Event draufklicken. Das Schöne ist, wir können dieses Event ja dann auch, weil wie gesagt, die Game Instance ist ja omnipräsent, also überall abrufen. Wir nennen das jetzt also Show Error Message oder sowas, keine Ahnung. Wir können das auch Show Info Message oder so senden. Wir haben jetzt hier auf der rechten Seite verschiedene Optionen, die benötigen wir nicht alle. Eigentlich benötigen wir davon gar keine, fast gar keine. Dazu kommen wir gleich, wir benötigen nämlich Inputs und davon benötigen wir zwei Stück. Ich werde direkt mal hier zwei Inputs hinzufügen. Das ist nämlich deswegen relevant, weil wir dadurch ja entsprechend auch gewisse Error-Texte und Informationen und nicht nur einfach eine Error Message, sondern auch die Information und Beschreibung, was denn überhaupt schiefgelaufen ist, uns anzeigen lassen wollen. Das bedeutet, wurde ich jetzt in Timeout oder wurde ich gebannt? Dann brauchen wir einen Titel und eine Beschreibung. Der Titel, you are banned. Dann die Beschreibung, you were banned from the game because you are ... Ja, sowas zum Beispiel. Das heißt, wir werden jetzt hier bei New Parameter oder einem neuen Parameter werden wir Title eingeben und darunter bei dem New Param to geben wir jetzt einfach mal Desk ein oder Content. Ich mach mal Content. Bei Boolean werden wir jetzt hier einen Text auswählen und bei dem anderen Boolean werden wir ebenfalls einen Text auswählen. Der Unterschied zwischen dem Text und dem String, das ist natürlich noch ein bisschen tief vergehender, was da jetzt genau Unterschied ist, aber kurz gesagt, Text können wir definitiv übersetzen, String oder ein String nicht. Und da wir ja vielleicht unser Spiel multilingual machen wollen, ist es ja sinnvoll, hier eine Textvariable zu nehmen, weil zum Beispiel you are banned, zu deutsch, du wurdest gebannt oder zu chinesisch. Nein, Spaß, so weit bin ich mit Chinesisch noch nicht, dass ich das jetzt sagen kann. So, soviel dazu. Das wär's jetzt erstmal gewesen. Wenn ihr ein Tutorial mal generell über hier diese Note haben wollt, Custom Event und was das hier auf der rechten Seite alles bedeutet, dann gerne in die Kommentare reinschreiben. Als nächstes klicken wir hier oben links auf Compile und Speichern und werden erstmal unter BP oder irgendeinem anderen Ordner eine Fehlermeldung überhaupt erst erstellen. Das heißt, wir werden hier erstmal jetzt sagen, User Interface und dann Widget Blueprint. Hier werden wir jetzt einfach Widget Blueprint auswählen und sagen, UMG unterstrich, wie haben wir es genannt, Error Message Window. So einfach geht's. So, nachdem wir das gemacht haben, machen wir einen Doppelklick darauf und werden jetzt erstmal hier eine Fehlermeldung erstellen. Damit das ein bisschen einfacher für uns ist, werde ich erstmal ein Canvas Panel oder Paneel hier einfach reinziehen und hier drüber benötigen wir jetzt erstmal zwei weitere Dinge. Ich hätte gerne eine Border, die ziehen wir jetzt hier rein. Ich hätte gerne einen Blur-Effekt, das ist, damit du ein Weichzeichner im Hintergrund hast, das ziehen wir hier rein. Und ich hätte zu guter Letzt nochmal ganz gerne, lasst mich mal kurz überlegen, wir machen das am besten mit einem Close Button, oder? Ja, wir machen das mit einem Close Button. Das heißt, ich hätte gerne eine Vertical Box, die ziehen wir auch hier auf das Canvas Panel. Bei dem Background Blur, der kommt als erstes, dort werden wir jetzt einfach die Blur-Stärke hier unter Appearance auf fünf stellen. Als nächstes gehen wir hier oben rechts auf Anchors, also Anker, und sagen, dass er über den ganzen Bildschirm gehen soll. So, jetzt werden wir hier das zurücksetzen und hier oben Offset Right und Bottom auf jeweils 0 setzen, so, dass hier überall eine 0 steht. Und wir sehen schon, jetzt ist es leicht verschwommen. Das ist genau das, was ich haben will. Als nächstes benötigen wir hier diese Border. Wir können natürlich sagen, der Hintergrund soll auch noch eingefärbt sein. Wie das gehen würde, ist es ja leicht. Wir machen genau dasselbe technisch gesehen. Wir würden jetzt hier auch wieder über den ganzen Bildschirm das setzen. Setzen hier wieder alles auf 0. So, so. Und jetzt machen wir folgendes. Wir sagen hier unten bei Appearance, dort haben wir Brush und Brush Color. Wir sagen bei Brush jetzt einfach Tint. Und hier sagen wir beispielsweise, gib mir ein leichtes Gelb. Warum auch nicht? Soll ein bisschen dunkler sein. Und hier haben wir A. Wir haben hier Rot, Grün, Blau und A steht für Alpha, also die Transparenz. Wenn wir einen ganz geringen Wert eintragen, zum Beispiel 0,2, wäre das 20% Transparenz. Und wir sehen, wir haben einen leichten Gelbschimmer. Sehr gut. Das können wir aber noch ein bisschen verbessern. Und zwar, damit das ein bisschen übersichtlicher ist. Oder eher gesagt, ein bisschen strukturierter. Machen wir einen Rechtsklick auf den Background Blur. Gehen auf Wrap With. Also der Unterschied zwischen Wrap With und Replace With ist eigentlich relativ einfach. Replace heißt ersetzen. Und Wrap With heißt einfach, dass wir hier unseren Background Blur haben. Aber über den Background Blur noch was drüber gesetzt werden soll, von der Priorität her. Das bedeutet, wir sagen Wrap With und jetzt Overlay. Denn das sorgt dafür, dass wir letztendlich hier mehrere Dinge auf unser Overlay setzen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr werdet sehen. Ich ziehe unseren Border jetzt auch auf den Overlay hier. Und wir nennen diesen Overlay einfach jetzt mal Background. Perfekt. Nachdem wir das gemacht haben, gehen wir wieder hier oben rechts bei dem Background hin. Und sagen, er sollte über den ganzen Bildschirm gehen. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass hier nichts angezeigt wird. Also gehen wir hier zu Background Blur und sagen nochmal, dass er hier komplett alles horizontal und vertikal füllen soll. So ungefähr. Und bei der Border machen wir genau dasselbe. Und tada, schon sind wir hier mit fertig. Wunderbar. Das heißt, wir können Background jetzt hier mit dem Schloss locken, dass wir das nicht mehr aus Versehen bewegen können. Kann man nicht mehr bewegen. Und jetzt haben wir hier die Vertical Box. Das ist unsere Infobox. Die soll aber im Gegensatz zu den ganzen anderen Sachen, die machen wir jetzt erstmal manuell ein bisschen größer und die soll mittig sein. Das heißt, bei Anchory oben rechts machen wir das Ganze mittig. Ganz einfach. Nachdem wir das jetzt gemacht haben, sieht so unsere Box aus. Ich würde hier gerne noch, damit wir das ein bisschen farblich trennen können, eine Border hinzufügen. Die ziehen wir auf Infobox drauf. Und das nennen wir jetzt mal Infobox Background. Das ist jetzt nur für unsere Information. Wenn ihr das ohne Titel macht, dann ist es auch egal. Ich würde euch nur mal raten, beschriftet ihr das Ganze. So, die Infobox Background wird jetzt natürlich gefüllt. Und ich würde sagen, hier ist die Tinte schwarz und leicht transparent. So ungefähr. Ich denke, da kann man das nämlich ganz gut lesen. Wir könnten diese Box sogar noch abgerundet machen. Das würde nämlich sehr, sehr leicht gehen. Indem wir hier unten rechts bei Tint, war das? Oder nee, bei Brush, gehen wir hier auf Draw As Image. Und hier wählen wir jetzt Rounded Box aus. Und das dann entsprechend anpassen, indem wir hier unten bei Outline Settings einfach sagen, Rounding Type Half Height Radius, sagen wir jetzt so Fixed Radius. Und dann können wir das entsprechend hier auch nochmal alles ganz entspannt anpassen, wie wir das haben wollen. Zum Beispiel hier Corner Radius müssten wir dann hier einstellen. Und wir sehen jetzt schon, dass wir hier verschiedene Ecken einstellen können. Ich denke, 5 ist eigentlich ganz nah, wobei 5 ist ein bisschen zu wenig. 100 ist zu viel. 50, sagen wir mal 20. 20 zu 20 zu 20. Irgendwie sowas. Das sieht doch sehr entspannt aus. Und der Outline Radius, der soll eigentlich auf 0 sein. Den benötigen wir nämlich gar nicht. So, jetzt sieht das Ganze erstmal so aus. Warum nicht, ne? Passt zwar nicht zu dem Design, aber zum Zeigen ist das ganz gut. Als nächstes benötigen wir erstmal noch eine kleine Änderung. Wobei, nee, die benötigen wir nicht. Wir benötigen hier den Box Background und geben hier oben wieder Vertical ein. Wir ziehen Vertical diesmal auf Info, Box Background und jetzt benötigen wir nur noch zwei Texte, was sehr gut ist. Und dann ist das Styling dann sozusagen eure Sache. Diese zwei Texte benenne ich jetzt um. Der obere ist der Title und das untere ist der Content. Beides wird halt letztendlich von uns markiert und wird als Variable oben rechts hier im Prinzip definiert. Nachdem wir das gemacht haben, können wir hier oben natürlich jetzt schon mal Title eingeben. und das ist meinetwegen dick. Wir können das auch mal mittig setzen, sieht vielleicht schöner aus. Und hier drunter das, das würde ich links bündig lassen für die bessere Lesbarkeit. Dort könnten wir einfach Content sagen. Wichtig ist, dass Content aber in unserem Fall regular ist und vielleicht einfach nicht dieselbe Größe hat, sondern nur die Größe 20. Das Problem ist, wenn eure Fehlermeldung jetzt relativ lang ist und über mehrere Zeilen geht, dann benötigen wir ja auch irgendwas, damit sich die Box hier nicht aus Unendlicher ausbreitet. Das heißt, ich werde jetzt hier bei Content einfach ein Rechtsdick sagen und wir setzen wieder mit WrapWiz etwas darüber und zwar eine Scrollbox. Die Scrollbox klicken wir in unserem Fall an und die setzen wir jetzt hier, dass die horizontal komplett füllt, aber auf der anderen Seite, Vertical Alignment soll nur von oben stattfinden, sodass die Box sich hier nicht weiter extendet, sondern dass wir wirklich eine Scrollbox haben, die dann sozusagen bis hier runter geht. Als Beispiel, ich gehe mal auf den Content Text und werde das jetzt einfach mal hier, zack, kopieren und einfügen. Jetzt sehen wir schon, dass wir das Problem haben, dass es hier generell außerhalb der Box irgendwann ist und dann nicht mehr angezeigt wird. Um das Problem zu beheben, werden wir folgendes machen. Wir scrollen hier bei unserem Text erstmal weiter runter und haben hier irgendwo einen Punkt Wrapping, Auto-Wrap-Text. Da machen wir einen Haken hin und tada, schon funktioniert's. Ich gehe also wieder nach oben und fülle noch mehr Text rein, damit ihr seht, was ich meine. Jetzt sehen wir nämlich, dass blöderweise die Scrollbox nicht so funktioniert, wie sie soll. Und das liegt daran, dass die bei Size auf Auto und nicht auf Fill steht. Wenn wir auf Fill draufklicken, dann haben wir jetzt eine Scrollbox, die wunderbar funktioniert, wie ihr seht. Okay, ich bin zufrieden, ich hoffe ihr auch. Ich denke mal, wir werden das Ganze zurücksetzen und sind jetzt erstmal hiermit theoretisch fertig. Nein, sind wir noch nicht, denn ich will noch eine Closebox hinzufügen. Die Frage ist, wie wollen wir diese Fehlermeldung schließen? Ich würde sagen, wir fügen einen Button hinzu und immer, wenn wir auf den Hintergrund draufklicken, hier einfach ins Nichts, dann soll die sich schließen. Das geht sehr leicht. Wir fügen also einen Button hinzu und ziehen das auf Background. Das geht jetzt gerade nicht, weil wir hier das Schloss noch aktiv haben. Background. Perfekt. Und jetzt haben wir hier diesen Button 300 in meinem Fall, hier oben links bei dem Background. Ihr erinnert euch, wie wir den Hintergrund eingestellt haben. Hier Background Blur und dieses Gelbliche. Das heißt, wir klicken auf den Button und nennen die jetzt mal BTN Close, also Button Close. Oben rechts werden wir das Alignment jetzt auf, naja, über den ganzen Bildschirm stellen. Und wichtig ist, dass dieser Button halt am Schluss kommt, ja. Also zuerst kommt Background Blur, dann kommt die Einfärbung und dann kommt der Button. Denn wenn dieser Button jetzt bei Eu4 Background Blur wäre, können wir uns das gerne mal anschauen. Seht ihr das Problem? Der Background Blur würde hier das ganze Bild bedecken und wir könnten nicht mehr auf diesen Button wirklich draufklicken. Nachdem wir das gemacht haben, ist es natürlich jetzt blöd, weil der ganze Button jetzt auch angezeigt wird. Wir können natürlich unsere abgerundete Box hier besser sehen, aber es ist nicht mehr gelb. Deswegen werden wir jetzt auf der rechten Seite bei Style, bei dem Button, auf Draw S gehen. Übrigens bei Normal, Havard, Pressed, das ist egal. Überall bitte. Und dann sagen wir Draw S, Rounded Box, None. So, jetzt wird nämlich gar nichts mehr angezeigt. Der wird nämlich jetzt nicht mehr irgendwie als etwas Richtiges gerendert. Und das ist genau das, was ich will. Der Button soll funktionieren, er soll aber nicht angezeigt werden. So, perfekt. Wir sagen Compile und Speichern und begeben uns jetzt zur Blueprint Logik. Yes. So, wir könnten nämlich jetzt folgendes machen. Wir benötigen Event Construct. Ja, den benötige ich für später nochmal. Wir arbeiten aber mit Event Preconstruct. Wichtig ist, dass unsere Fehlermeldungsbox ja nicht konstant angezeigt wird, sondern einfach immer nur dann, wenn wir sie benötigen, gespawnt und dann wieder despawnt wird. Also eingeblendet, ausgeblendet. So, das heißt, beziehungsweise auch zerstört danach. Die wird nie wieder sonst angezeigt, dieselbe. Das wird immer dann gespawnt und dann zerstört. So, Preconstruct. Hier benötigen wir erstmal den Titel und den Content. Nachdem wir das gemacht haben, sagen wir jetzt Set Text. Und hier oben, ganz normal, wie ihr das kennt, Set Text in Klammern Text. Wir verbinden das mit Preconstruct. So ungefähr. Das hier können wir jetzt Copy, Paste, Mist, Strgc und Strgv. Und das mache ich jetzt mal so, damit es ein kleines bisschen schöner aussieht. Jetzt ziehen wir in Text raus von Title und sagen Promote to Variable. Dasselbe machen wir mit dem Content. So ungefähr. Jetzt können wir die auch ein bisschen dichter zusammenziehen. Machen wir das einfach mal so. Was soll's. Wir gehen auf den Title, beziehungsweise auf die Variable von dem Title hier. Und nennen die jetzt um in Title. Achso, das geht nicht, weil wir ja hier schon unsere Textvariablen Title genannt haben. Wir nennen das Title Content. Title Content. Und das ist jetzt ein bisschen ungünstig von der Namensgebung her. Und das hier nennen wir jetzt mal Content Content. Nicht schön, aber selten. Das machen wir dann nachher anders, damit es noch ein bisschen schöner ist. Wir werden hier diese Variable anklicken und sagen Instance Editable und Expose on Spawn. Denn diese Optionen ermöglichen uns letztendlich den Text A zu editieren und über diese Variable hier. Und B nachher auch zu spawnen und von anderen Blueprints aus zu manipulieren. Was das bedeutet, werde ich euch gleich zeigen. Wir gehen auf Content Content, sagen Instance Editable und Expose on Spawn. Nachdem wir das gemacht haben, sagen wir Compile und Save. Ziehen wir kurz Construct hier hoch und klicken auf der linken Seite auf BTN Close. Das ist der Button, der das Ganze ja schließen soll. Hier sage ich nicht on Pressed, sondern on Released. Warum? Stellt euch mal vor, ihr seid ein Spieler und ihr klickt jetzt drauf, aber merkt, oh Mist, ich wollte das ja noch lesen. Also halte ich die linke Maustaste gedrückt und hoffe einfach, dass das Fenster sich nicht schließt. Da haben wir genau den Punkt. Wenn ihr on Click macht, dann ist es direkt weg. Dann ist die Fehlermeldung direkt weg. Wir wollen on Released machen, dass wirklich nur wenn ich da drauf geklickt habe und die linke Maustaste loslasse, dass dann das Ganze verschwindet. Und das können wir ganz leicht machen mit einem, obwohl ein Delay benötigen wir eigentlich nicht. Im Prinzip können wir jetzt hier wirklich sagen Remove Widget oder eher gesagt Remove Parent, Remove from Parent. Das würden wir normalerweise, ich sag mal, durchfeuern, wenn wir wirklich hier das gesamte Ding löschen wollen. Und das Ding ist, wir wollen es ja löschen. Euch ist vielleicht gerade aufgefallen, dass jetzt gerade hier der Text fehlt. Das liegt daran, dass wir unter Preconstruct, also bevor das Ganze konstruiert werden soll, schon einen Text festlegen und der aktuell noch überhaupt nicht gefüllt ist. Denn auf unserer Title-Content-Text-Variable und Content-Content-Text-Variable steht nichts. Deswegen werde ich jetzt mal Content eingeben. Content. Und bei Title geben wir einfach mal Title ein. Title. So, das war's. Ja, Leute, was könnten wir sonst noch machen? Wir könnten eine Animation hinzufügen. Ich denke, das machen wir noch, oder? Bevor jemand fragt, wie füge ich eine Animation hinzu, machen wir das jetzt. Wir nennen die einfach mal Init für Initialisierung. So sieht das auch schön aus. Als nächstes haben wir hier unsere Background-Box. Wir gehen auf Animation, sagen Add und haben jetzt hier unseren Background ausgewählt. Gleichermaßen ist es so, dass wir hier unsere Infobox haben. Wir gehen auf Animation, klicken auf Add, Infobox. Und bei diesem Background werden wir jetzt hier auf das Plus draufklicken. Und ich würde sagen, wir gehen hier auf die Render-Opacity und stellen die von Anfang an auf 0 ein. Nach 0,10 Sekunden auf 1. Bei der Infobox hätte ich das gerne anders. Also wir machen hier auch natürlich 0. Ich lasse das aber erstmal und sage hier aber zusätzlich noch Transform. Ich werde das ein bisschen stylischer machen. Translation, perfekt. Die Translation, wir sehen hier oben die Border, das heißt unsere Bildschirmkante sozusagen. Die würde ich jetzt mal hier hochziehen. Wir starten also so circa bei minus 700. Das können wir gerne bei minus 700 auch festsetzen. Und es endet im Prinzip hier. Das macht das schon automatisch. Im Notfall schreiben wir das sonst einfach 0 hin. Seht ihr, was passiert? Geil, oder? Jetzt sagen wir, die Render-Opacity soll bei 0 starten. Und hier sollen wir jetzt bei der 1 sein. Wir schauen uns das Ganze mal an. Geil, oder? Sehr schön. Und jetzt sagen wir, Compile und Speichern. Gehen in den Graph oben rechts zurück. Und jetzt feuern wir, wenn das Ganze konstruiert wird, deswegen Event Construct, einfach diese Animation. Wir sagen bei dieser Animation Init, hier auf der linken Seite unter Animation, Get. Sagen wir jetzt Forward. Es gibt nämlich hier einmal, dass wir die Animation abspielen. Play Animation. Aber genauso gibt es Play Animation Forward und Reverse. In dem Fall weiß ich, dass ich die nur geradeaus, oder ich sag mal, die positive Richtung sozusagen vorwärts wiedergeben will und nicht rückwärts. Jetzt kopiere ich mir hier das Init. Wir gehen auf Button Closed, ziehen das hier ein bisschen weiter weg und sagen jetzt Reverse. Also Play Animation Reverse. Nachdem wir das gemacht haben, werden wir jetzt hier erstmal hingehen. Jetzt wissen wir, dass unsere Animation 10 Sekunden, oder eh nicht 10 Sekunden, aber 0,10 Sekunden dauert. Das heißt, ich würde 0,11 Sekunden Delay hier einfügen. Und dann zerstören wir das Ganze. Perfekt. Compile und Speichern. Wir sind fertig. Und jetzt gehen wir zurück erstmal in die Gaming Stance. Hier haben wir eben die Variable, nicht die Variable, aber das Event Show Error Message erstellt. Hier ziehen wir jetzt den Exeg raus und sagen Create Widget. Nachdem ich das gemacht habe, sage ich bei Owning Player Get Player Controller. Im Prinzip das hier oben. So, das sollte passen. Als nächstes sage ich Select Class und wir wählen jetzt hier UMG Error Message aus. So ungefähr. Sehr leicht, oder? Hier haben wir jetzt schon die Vorgabe Title und Content. Was machen wir? Wir verbinden das Ganze ganz einfach und schnell. Als nächstes werden wir jetzt nur noch sagen Add to Viewport und das war's. Sehr cool, oder? Das ist es gewesen. Wichtig ist, es kann sein, dass eure Error Message untergeht. Deswegen klicken wir hier auf den Pfeil nach unten und haben hier die Z-Order. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr mal mit WordPress oder so mit Divi oder Elementor gearbeitet habt oder generell im Web Development. Das ist ja letztendlich die Tiefe. Das bedeutet, 0 ist immer die Basis, also sozusagen der Grund und Boden und 1 wäre eine Ebene darüber. Und umso höher diese Zahl ist, umso wichtiger ist das. Statt Z-Order könnt ihr euch das auch einfach mit Priority merken. Da das hier eine Fehlermeldung ist, gebe ich als Priority einfach mal 100 ein oder als C-Order. Jetzt sagen wir Compile und Speichern. Jetzt sind wir durch, Leute. Lasst uns das Ganze jetzt triggern im Login-Mainmenu. Das ist jetzt der Part für die Leute, die zum Beispiel das Login-Tutorial verfolgt haben und jetzt nicht genau wissen, wie man das implementiert. Nehmen wir also an, wir haben eine Fehlermeldung. Ich hab mich hier eingeloggt. Hier steht Login failed. Was machen wir jetzt? In erster Linie ziehen wir jetzt hier erstmal das Ganze raus. Oder warte mal, lass mich mal kurz gucken, ob wir... Ah, wir haben schon die Game Instance gecastet. Das heißt, in eurem Fall müsstet ihr erstmal die Game Instance casten. Das sieht so aus. Get Game Instance, dann halt eure Game Instance hier und dann cast und als Variable speichern. Das ist aber eigentlich Grundwissen. Also, wenn ihr darüber mal ein Tutorial haben wollt, wie man castet, dann gerne in die Kommentare reinschreiben. Auf jeden Fall sag ich jetzt hier Get Game Instance Reference, also das von gerade eben, von oben, die Variable. Und jetzt sag ich einfach mal Show Arrow Message und hier ist unsere Arrow Message. Die connecten wir und alles ist gut. Wisst ihr noch, dass ich gesagt habe, dass man Texte übersetzen kann? Das könnt ihr hier bei der Flagge nachher machen. Wie das funktioniert, dazu hab ich ein Tutorial gemacht, wie ihr eure Texte übersetzen könnt. Gerne mal reinschauen. Login failed. Und dann so, please check your input, sag ich einfach mal. Your input. Sehr schön. Das ist es gewesen, Leute. Das Ganze wird jetzt dann geschlossen, wenn wir auf den Button klicken. Und im nächsten Tutorial zeige ich euch, wie wir das Ganze auch noch automatisch schließen können. Aber erstmal logge ich mich ein mit der Sky 123. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mal gucken, ob ich den Account erstellt habe. Ich hoffe nicht. Login. Oh, please check your input. Login failed. Ihr seht, die Error-Message geht nicht von alleine weg. Das werden wir im nächsten Tutorial machen. Dann werden wir uns mal mit dem Thema Timern auseinandersetzen. Und jetzt klicke ich irgendwo hier hin. Bam. Ich klicke nochmal drauf. Ich klicke hier auf das Fade. Hier können wir draufklicken, wie wir wollen. Da passiert nichts. Aber ich klicke hier hin. Zack. Geil, oder? Und jetzt werden wir auch nicht mehr aus Versehen eingeloggt. Sehr gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.